Es ist Montag, 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Zwei Polizisten kommen zu einem Tatort. Ein Mann im Rollstuhl wurde erschossen. Fragt der eine Polizist. Was wissen wir über das Opfer? Sagt der andere. Er konnte definitiv nicht weglaufen. Der Montagswitz. Ein Mann im Rollstuhl Segından. Er prügt 7 Uhr. Er war die Sonne. Er wurde in der Zeit. Gott hat. Der Zeit rein. Er wurde in der Zeit. Er wurde in der Zeit. Vielen Dank.